Heute besprechen wir, warum dein Banknachbar deine Note ausmacht. Enjoy! Willkommen zurück Abiturleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Deswegen besprechen wir heute, wie wichtig dein Banknachbar eigentlich für deine Note ist, weil das oftmals von vielen unterschätzt wird. Wenn es darum geht, gute Noten zu schreiben, versuchen wir uns ja meistens auf uns zu fokussieren. Und das ist ja auch richtig, klar. Je mehr du lernst, je aufmerksamer du bist, je öfter du dich meldest, je weniger Prüfungsangst du hast und so weiter, umso besser kannst du natürlich in der Schule performen. Aber, nicht alle Faktoren, die deine Noten ausmachen, liegen grundsätzlich in dir, sondern es gibt auch Dinge in deiner Umwelt, die einfach extrem krassen Einfluss darauf haben, wie deine Noten aussehen. Und da ist natürlich der Banknachbar in der Schule die allererste Variable, wie wir in der Psychologie sagen würden. Das bedeutet, wenn du neben jemandem sitzt, der unaufmerksam ist, der vielleicht die ganze Zeit mit dir redet, der Quatsch macht, du kennst es bestimmt, selbst wenn du in einem guten Fach bist, ein Fach, was dir eigentlich Spaß macht, wo du dich eigentlich sogar im Unterricht beteiligen wirst, aber die ganze Zeit jemanden nehmen, der es ja die ganze Zeit Party macht, wird deine Unterrichtsbeteiligung ziemlich in den Keller gehen. Ich habe das selbst schon tausendmal die Erfahrung gemacht, ihr sicherlich auch. Und das zeigt einfach nur, wir müssen uns unbedingt darauf fokussieren, neben wem wir uns setzen. Weil die Mitarbeit ist so eine wichtige Note. Man denkt immer, ja, das ist ja nur der Unterricht. Für die richtige große Klausur muss ich ja dann später erst lernen. Oder ja, ich lerne halt dann für die Ex und so weiter. Oder ich gebe mir halt ein bisschen Mühe, dann kriege ich schon eine gute Mitarbeit. Aber so ist es nicht. Ich sage immer, wie sehr du im Unterricht selbst engagiert bist, ist im Prinzip dein Sprungbrett für alle Noten. Warum? So, ich werde dazu auch nochmal ein extra Video machen. Erstens, je besser du im Unterricht mitmachst, desto besser ist natürlich deine Mitarbeitsnote. Das ist logisch. Je besser du aber auch im Unterricht mitmachst, desto besser wirst du auch in Exen sein, in Abfragen, spontanen Präsentationen, Referaten, was weiß ich. Weil du natürlich einfach den ganzen Stoff von den beiden vorherigen Stunden, über die solche Sachen ja meistens nur gehen, einfach parat hast. Weil du ja mitgemacht hast, weil du mitgedacht hast, weil du dich immer gemeldet hast. Das heißt, auch diese Noten werden automatisch besser sein. Und selbst für die Klausur, die über das ganze Halbjahr geht, wird es dir viel leichter fallen, wenn du dich darauf dann vorbereitest. Weil du natürlich alles schon mal gehört hast, dein ganzes Gehirn alle Informationen schon mal verarbeitet hat. Und dann ist die Klausur im Prinzip nur nochmal ein Wiederholen, anstatt alles komplett neu zu lernen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns im Unterricht sehr gut beteiligen und gleichzeitig dadurch natürlich verhindern, dass unser Mann und Nachbar uns davon abhält. Was können wir also machen, um uns vor diesem negativen Einfluss zu schützen? Zum einen gibt es natürlich die erste Möglichkeit von den drei Möglichkeiten, die ich dir jetzt vorstellen werde, dass du dir natürlich einen positiven Einfluss suchst. Das bedeutet, du kannst dich zum Beispiel neben bessere Leute setzen oder vor allem neben die Top-Leute. Das ist vielleicht auch eine Strategie, die sehr viele von euch anwenden. Ich habe ja auch nach dem vergangenen Schuljahr mit Dutzenden Schülern oder mit einem Dutzend Schülern telefoniert, die alle 1,0 im Abi geschafft haben und auch in der gesamten Oberstufe. Und ich habe sie gefragt, wo sitzt ihr? Und ich würde sagen, so ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte haben gesagt, sie haben sich einfach neben sehr gute Leute gesetzt. Und das ist logisch. Ja, da wirst du einfach motiviert, du bist gepusht. Du kannst vielleicht auch ein bisschen einfach versuchen, besser zu sein, schneller als die zu arbeiten, auch mit denen befreundet zu sein, sich privat noch auszutauschen in WhatsApp, Hausaufgaben, Präsentationen und so hinterher zu schicken. Das ist eine super Alternative. Vor allem für Leute, die sich leicht von anderen mitziehen lassen können und da vielleicht auch ab und zu vielleicht mal noch diesen Schub brauchen. Setzt euch neben sehr gute Leute. Sehr gute Leute sind in den meisten Fällen auch, haben auch nicht so ein Problem, wenn man sich neben setzt. Man ist da vielleicht sehr picky im Sinne von, ich will nur neben meinem besten Freund sitzen. Sehr gute Schüler sind da oftmals nicht so, weil sie sich ja sowieso hauptsächlich auf den Unterricht konzentrieren wollen und dann ist sie auch nicht so wichtig, wenn neben ihn setzt. Deswegen setze ich neben die, die werden dich automatisch mitziehen. Und die werden auch nicht so viel Quatsch machen oder fast gar keinen. Deswegen, das ist eine sehr gute Wahl. Die zweite Option, die in meinen Augen so die schlechterste ist, ist es sich zwischen neben Leute setzen, die du eigentlich fast gar nicht kennst. Bringt natürlich den Vorteil, dass ihr tendenziell eher weniger sprechen werdet. Aber gut, man lernt sich ja trotzdem vielleicht ein bisschen kennen und quatscht dann vielleicht doch. Deswegen würde ich das nicht machen, auch wenn die dir vielleicht mal einen Stift und eine Radiergummi oder so ausleihen können, was ich in der Oberstufe immer öfter brauchte, auch wenn sie nicht vorbildlich ist. Genau, das heißt, ich könnte dir ein bisschen materiell unterstützen, aber ansonsten eher nicht zu empfehlen. Sondern was ich als dritten und letzten Punkt wirklich empfehlen würde, ist, sich einfach alleine hinzusetzen. Das mag für manche jetzt ein bisschen abschreckend sein, so, ja, was mache ich denn da die ganze Zeit und das ist nicht langweilig. Und meine Antwort dazu ist, natürlich fokussiert sich auf den Unterricht. Weil ohne Spaß, dafür sitzt wir am Unterricht. Du kannst in den Pausen, Freizeit, Ferien, was weiß ich, wochenende kannst du ja immer Spaß haben, ist ja alles easy. Aber wenn du schon im Unterricht sitzt, dann verblendet man doch nicht da deine Zeit mit ein paar dummen Gesprächen oder mit in der Luft rumgucken. Sondern sei doch einfach am Start und du bist in meinen Augen immer dann am besten am Start, wenn du alleine sitzt. Jetzt, ich persönlich habe mich in fast jedem Schulfach ganz vorne allein in die erste Reihe gesetzt. Die Lehrer wussten sofort, was meine Intention ist. Ich will hier am Start sein, hatte sofort ein positives Bild, habe abgeliefert. Weil natürlich, wenn du auch alleine die ganze Zeit vorne sitzt, dann kannst du dir eigentlich nicht erlauben, keine Hausaufgaben zu machen, weil der Lehrer ja die ganze Zeit sieht, ob du was hast oder nicht. Deswegen ist push dich automatisch. Und ich sage da immer, deswegen ist dieses ganze Thema mit dem Banknachbar so wichtig. Wenn du, egal wie viel du dir vornimmst, du wirst immer mal im Unterricht auch mal Durchhänger haben, du wirst mal keinen Bock haben, du wirst mal schlecht geschlafen haben, du wirst mal schon eine Klausur geschrieben haben und hast dann noch drei Fächer am Nachmittag. All diese Faktoren werden auf dich zukommen, egal wie motiviert du am Anfang bist. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir jetzt schon am Start des Schuljahres du blickst, hey, was kann ich denn jetzt schon machen, um dann auch in diesen schwierigeren Phasen sehr gut zu performen. Und das bedeutet natürlich vor allem, dieses richtige Umfeld zu suchen, sprich, den richtigen Banknachbar zu suchen. Und wenn du dich beispielsweise direkt auch gleich alleine hinsetzt, hast du ja egal wann, egal wann und zu welchem Zeitpunkt, hast du ja gar keine Wahl, als dich zu melden, wenn du dich nicht langweilen willst. Deswegen wird es dich automatisch pushen. Ansonsten, wenn du den Push anarbeitig willst, setze ich neben sehr gut Leute, aber die beiden Optionen, eine von den beiden Sachen musst du machen. Ansonsten, denkt an unsere 5K-Challenge, wir wollen noch im August die 5000 Abiturläden knacken. Deswegen teilt den YouTube-Channel, teilt dieses Video in die WhatsApp-Gruppe, machen einen Screenshot davon, praktischen eure Instagram-Story, was auch immer, erzählt Leuten offline davon. Hauptsache, wir teilen diese Message, wir teilen dieses Movement, dass wir im August noch 5000 Abonnenten knacken. Und jetzt sehen wir uns dann morgen im nächsten Video. Ich glaub, wir mal nicht. Euer Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can let none of these looks intervene, no. My city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.